Ah! 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 Pantrein! Keine Panik! Oh! Hallo, Gruselfans! Sie versucht uns an durch die Bloßel zu verwandeln. Unglaubliche Geschichten. Da ist eine Riesenamau, sie hätte mich beinahe geschnappt. Pstst! Sieh dir das an! Dinge, die ihr noch nie zuvor gesehen habt. Aber man darf dafür nicht zu dünnäutig sein. Also vergesst nicht. Keine Panik! Bei Gänsehaut Creepy Crawlers Geschichten aus der Gruft und Eerie Indiana. Samstag und Sonntag ab 11.55 Uhr bei Fox Kids. Werbung!